Die Blasinstrumentenserien 650, 501 und 450 von Bach. Für den Spaß an der Musik von Anfang an. Die Bach TR501 eröffnet viele Möglichkeiten, dem Klang die persönliche Note zu verleihen. Der mittelgroße Bohrungsdurchmesser sorgt beim Spielen für eine direkte Tonansprache in allen Registern. Die Verwendung von Goldmessing schützt das Mundrohr vor Korrosion und erhöht die Haltbarkeit. Neusilber als härteres Material gegenüber Messing wird für den sogenannten Receiver verwendet und verringert die Gefahr, dass sich das Mundstück hier festsetzt. Präzise eingepasste Ventile aus Edelstahl sorgen für eine zuverlässige Funktion und ein angenehmes Spielgefühl. Ventilstiele aus Aluminium unterstützen die leichtgängige Ventilfunktion. Die Ventilgehäuse der TR501 bestehen aus einem Oberteil aus Neusilber und dem unteren Teil aus Messing. Diese traditionelle zweiteilige Bauweise führt zu etwas mehr Kern im Ton und gibt ein angenehmes Feedback des Instruments beim Spielen. Der Schallstückrand wird über einen Messingdraht gebürdelt und sorgt damit für eine fokussierte Klangabstrahlung und erhöhte Stabilität. Bei den Außenzügen kommt Neusilber zum Einsatz, welches einen gleichmäßigen und zuverlässigen Lauf der Stimmzüge ermöglicht und die Gefahr des Festkorrodierens herabsetzt. Der erste und dritte Ventilzug sind durch einen Daumensattel bzw. einen individuell justierbaren Fingerring verstellbar. Das ermöglicht eine leichte Regulierung der Intonation. Ein auf der Oberfläche eingebrannter Klarlack verleiht der Trompete ein glanzvolles Erscheinungsbild. Für eine besonders edle Optik sorgt eine optionale Hochglanzversilberung beim Modell TR501S. Ein versilbertes Original-Vincentbach-Trompetenmundstück ist im Lieferumfang enthalten. Ob zur Probe, zum Unterricht oder zum Auftritt, mit dem praktischen Etui mit Rucksackgurten kommt man überall gut an. Untertitelung des ZDF, 2020